Das war, dass dieser Mann heute Abend für euch hier ist, André Tannemerga, ATV! Wir machen das heute nicht zum ersten Mal, deswegen weiß ich, dass André vielleicht überall auf der Welt direkt einen Cent starten würde, aber hier in seiner Heimat immer noch zu Wort für die Leute. Deswegen, ich bedanke mich bei euch, bis zuhören und übergebe das Lied zu an André Tannemerga, ATV! Ja, jetzt hat er mich überrascht, aber zwei gute Worte gibt es tatsächlich. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das letztes Jahr habe ich hier gestanden und habe gesagt, nächstes Jahr... Ja, ihr lasst mich ja nicht ausreden. Ich habe gesagt, letztes Jahr, ich wünsche mir und ich glaube, nächstes Jahr wird es ein richtig guter Tag. Wir werden schönes Wetter haben und genau das ist eingetreten und den Rest macht ihr jetzt, okay, mit mir zusammen. Ich freue mich! Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Hände jetzt schon hochnehmen. Ich bin alleine! Ich bin alleine! Ich bin alleine! Ich bin alleine! Geht du das? Ja. Ich bin alleine! Ich bin alleine! Ja! Vielen Dank.